Willkommen bei der Möschta Group, Ihr Partner für innovative Hochleistungsmaterialien und Anwendungen aus Dortmund. Unsere Unternehmensgruppe besteht aus drei unterschiedlichen Bereichen. Aus Dokeram, die sich mit technischer Keramik beschäftigt, und aus Dothem und Isokos, die sich mit thermischen Isolierwerkstoffen beschäftigen. Alle Bereiche beschäftigen sich mit Hochleistungswerkstoffen, die sich da lohnen, wo genau hohe Anforderungen an Abrieb, an thermische Isolation oder elektrische Isolation herrschen. Und es geht darum, dass man durch gezieltes Einsetzen von diesen Hochleistungswerkstoffen Lösungen ermöglicht, sodass Maschinen und Prozesse besser und stabiler laufen können, Stillstandszeiten reduziert werden und grundsätzlich ein wirtschaftliches Bedienen dieser Maschinen ermöglicht wird. Fängt ja klar bei der Automotive-Industrie an, aber wir waren Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Papierindustrie, allgemeiner Maschinenbau. Also wir lösen mit unseren Werkstoffen Probleme in Anlagen und es ist unheimlich abwechslungsreich, weil es eben kein Standardprodukt ist, sondern es ist immer wieder was Neues. Der Kunde konfrontiert uns mit einem Problem, mit einer Herausforderung und wir versuchen mit unseren Werkstoffen und unseren Lösungen, die wir anbieten können, da einfach das Problem zu lösen. Wir haben Leute, die hier jeden Tag mit einem Lächeln reinkommen, weil wir sprechen über große Namen in der Industrie, wo wir Lieferant sind und da sind wir unheimlich stolz drauf. Wir machen Stückzahl 1, das heißt wir sind eine Manufaktur, die die Möglichkeit hat, genau nach Zeichnung zu fertigen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gewisse Bereiche, die wir auch produktisiert haben, das heißt wo wir aus gleichen Problemen von mehreren Kunden ein Portfolio aufgebaut haben, wo wir in der Lage sind, Katalogware anzubieten. Zwei dieser Bereiche sind im keramischen Umfeld das Thema Schweißtechnik, das heißt da haben wir von dem Schweißzentrierstift das ganze System ausgebaut mit unserem Modulmaster, wo wir in der Schweißfondrichtung, vor allem in dem Automobilbau, für genaue Schweißen sorgen können. Auf der anderen Seite haben wir einmalig und zuerst mit der Keramik Prüfstecker generiert, das heißt wenn Sie Platinen und Schaltkreise entwerfen und produktisieren, können Sie mit unseren Prüfsteckern die ganzen Qualitätsprozesse in Ihrer Fabrik machen, sodass Sie ein kontinuierliches Erlebnis haben, ohne dass Sie Stillstandszeiten erleben müssen. Auf der anderen Seite haben wir im technischen Isolierwerkstoffbereich das Thema Wechsel und Formbau, wo wir standardisierte Platten auch unseren Kunden liefern können und wir auf Basis unseres sehr großen Lagers immer relativ kurzfristig ein Ergebnis oder ein Produkt produzieren können. Meine Highlights in letzter Zeit waren sicherlich Produkte, wie zum Beispiel die Modulmaster, die wir im Prinzip komplett neu entwickelt haben, die den Kunden nach vorne bringen. Was die Wechselgruppe kennzeichnet, ist, dass wir wirklich das Thema Made in Germany leben, das heißt alle unsere Produkte werden in Dortmund hergestellt und auch an die Welt geliefert, ob es Amerika ist, Südafrika oder China. Oft kommen die Kunden zu uns und fragen nach einer Lösung, weil es die Lösung bisher noch nicht gegeben hat oder Sie mit Ihren Werkstoffen an die Grenzen geraten sind. Das ist genau da, wo wir gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik und Entwicklung eine Lösung suchen und dann auch entsprechend schnell in die Prototypenphase gehen können, damit wir den einen Werkstoff finden können, der genau für diese Lösung optimal geeignet ist. Kontaktieren Sie uns jetzt unter www.möchter-group.com, um herauszufinden, wie wir Ihre technischen Herausforderungen mithilfe unserer Hochleistungsmaterialien lösen können.